... der Wassersport. Das ist eine Frau von anderen Leuten, die Leute, gerade als Spend. Die Fachstelle Brandenburg profitiert also nicht nur von ihrer weizvollen Lage, eingebettet in die vielen Seen der Umgebung, sondern auch von ihrem Engagement als Verein, den Wassersport zu fördern. Sie tragen somit maßgeblich dazu bei, die Stadt Brandenburg als Ausflugsziel, Wohnort und natürlich als Social-Stadt zu etablieren.